hallo und willkommen zurück auf der playstation 4 auf dem cloud server heute leider keine grüße weil ich noch keine kommentare zu einer alten folge hatte weil die folge noch nicht da ist ja aber zum ende der folge kann ich sagen der server war leider kurz danach abgeschmiert ich kann nicht mehr auf kann man zu spät drauf war tot aber der liebe acetyl hat mich gerettet meine sachen größtenteils gerettet nur leider ist dieser blaue schöne du die zu groß auf verschwunden egal was mir fehlt ist meine armbrust und dazu werde ich mal kurz gucken ob wir noch so ein zwei armbrüste vielleicht wieder da haben sicher kann ich jetzt nicht gebrauchen trans fusion spiele meine armbrust oder habe ich jetzt da nein wir haben keine armbrüste mehr und könnte wichtig werden irgendwann gut 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 dann hallo schauen wir mal nach ja muss noch miteinander in der werkbank vielleicht kommen wir zufällig eine neue erstellt abwärts 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 danke da wer kann schauen wir mal nach hier ist einiges nebenbei drinne waffen oder habe ich überhaupt selber erlernt weil sie gar nicht entfernt ja da fehlt ein bisschen holz ernsthaft jetzt ist hier ist wenigstens drinne waffen und heute da perfekt ich hätte auch nach dem blueprint gucken könnte ich wollte bestimmt haben irgendwo blut drinne na komm machin 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 danke primitärer abwärts schade ich guck mal nach bestimmt habe hier im blueprint interessiert mich jetzt heute ist einfach mal hier ein wildes durcheinander so thema meiner typ mal wieder wahrscheinlich war es eben gerade ich habe schon über sie spitzhacken ja ist ja gut da ist nichts drin aber nach sieht nicht so aus nicht sehr erquickend gut 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 gute feile haben wir haben wir denn noch betäubung feile für den fall der fälle wir zu viele dinge das werden wir auf der betäubung 20 30 gut er macht hier so eine komische geräusche die frage ist jetzt echt was mache ich in den aufnahmen ich habe ehrlich kein plassen schimmer zur zeit ist noch unsere dings das ist eigentlich alles drin holzkohle und noch mehr holzkohle und noch mal jetzt schon mal gut gut zu wissen da der patch ja es gibt noch kein datum für den kommenden patch aber man weiß ja von der pc version dass dass die flugsaurier genervt werden sprich wir müssen uns darauf einstellen mehr mit solchen kompatris durch die gegend zu ziehen naja jetzt nicht unbedingt ihr beide aber mehr auf dem boden aktiv zu sein danke sprich ich will ja mein alu ein bisschen oder mein rex oder ich hole mir einen großen rex das wäre natürlich auch mal genial bobo rex ist viel zu klein hatte ich mal ein level ab hier nein das nicht bobo rex ist zu klein da brauchen muss ein großer herr bobby saurus ist exzellent den finde ich immer noch genial ich würde sagen wir ziehen mal mit ihm los und vielleicht findet man ja doch einen etwas größeren größeren rechts oder so ich sollte immer rechts hingehen dann geht die tür noch hin außen auf ja kommt diesmal laufen wir aber mal da lang oder da lang und nicht wieder richtung red wo wir irgendwie jedes mal hin rennen kleiner herr hier hat glaube ich weiß nicht wie viel hunger der hat was er an essen dabei hat auf jeden fall ist er zu dick du musst mal abnehmen junge danke wildes durcheinander es leckt danke ich bin dass wieder abstoß ich drehe durch dann dann mag mich das selber nicht dann bleibe ich aufs kostet das ist mir egal so wo sind wir jetzt in der sonne ich sehe nix warum haben wir mal ein bisschen nach es damit bekommen okay ja genau ich providers habe mir hier lang da würde ich doch schon mal gucken auf jeden fall hat mein kleiner a lo ein bisschen Hunger. Deswegen werden wir uns auch ein bisschen was Futter geben, vielleicht. Je nachdem, was mich jetzt hier erwartet. Essen habe ich dabei, Trinken auch, das ist gut. Ausnahmsweise bin ich mal ausgerüstet. Okay, meine Freundin würde mich umbringen, aber du gibst genug Essen. Ja, ja, ja. Ja, komm. Du brauchst mehr Schaden, mein Junge. Und vielleicht irgendwann mal mehr Ausdauer. So, jetzt hast du ein bisschen frisches, frisches Fleisch. Was ist denn hier hingestellt? Was ist denn das? Hä? Ist das ein bisschen du? Shadows? Ich weiß, dass unsere Jungs da irgendwas hingebaut haben, aber was? Warum? Aber ich weiß, dass die Jungs da was vorhatten. Hm. Willst du schon seine Gründe haben? Ich vertraue dir mal, blind links. Hör aufs Rum zu knurren. So, was haben wir hier? Du bist du. Ja, dich brauch auch keine Sau. Mann, oh Mann, 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 Mann. Und blub. Ich will einen großen Rex sehen. Oh, das habe ich doch schon mal gemacht. So, das ging ja auch voll in die Hose. Und warum knurrst du die ganze Zeit? Hör auf damit. Was ist so brennen, oder was? Hallo, Dinos. Ich muss hier mal... Ja, ja, ja. Ich muss hier mal durch. Für mich hat das gerade gepasst. Optisch. So, meine Lieblings-Ecke in Sachen Dinosuche. Da ist ein Sarko. Stimmt, den könnten wir auch noch gebrauchen. Wir haben noch gar keinen, oder? Aber ich glaube, an den Strand. Ah, so ein Sarko hätte was. Was haben wir denn? Ja, genau. Okay, okay, okay. Habe ich überhaupt 36 Narkose mit dir? Na, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir denn da gerade so stehen? Ja, hallo. Ach nee, da hingucken. Danke. Level 12er Rex. Willst du mich verarschen? Das bringt mir ja einen Scheißdreck. Äh, weg. Die Frage ist, auf welches Level hat das Sarko? Wir haben so viel Narkosemittel. Ach, meine Güte. Okay, da ist jetzt wirklich das los, was ich euch schon mal gesagt habe, was hier mal gerne los ist. Alosaurus Level 14, 16, 68. Ein Level 100er Känguru, was da irgendwie gerade gar nichts zu suchen hat. Gut. 76, nee, nee, alles Low Level, alles Kacke. Will man natürlich bedenken, was man schon hat. Wenn man natürlich jetzt keinen Alu oder so hätte, dann hätte man gesagt, okay, vielleicht kann man sich da einen rauspicken. Aber was wir alles haben, äh, nö. Was ist denn mit dir? Ein kleiner Sarko. Ich weiß, du bist nicht so interessant eigentlich, aber Level 24? Was willst du da mit? Das bringt nichts. Du bringst mir nichts. Komm her. Dann level ich eben mein Dino. Meine Güte. So, sehr schön. Haben wir ihn getötet. Jetzt kommen wir wieder in eine Ecke. Die erstmal übelst blendet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da sind drei Alus, da sind drei Alus. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Aber keine Chance, egal welches Level die haben, wenn die da diesen Bus haben. Was ist denn hier mit meinem Gamma schon wieder los? Oh. Klar. So, zack. Okay, immer noch recht hell. Und die sind da immer noch. Okay, ich bin weg. Euer Revier. Ich hab's verstanden. Was ist denn da noch? Okay, Wölfe. Nashorn war da. Man, hier ist schon wieder Wolfhausen, ey. Und ja, ich weiß, ich bin mit dünner Kleidung im Schneebeum. Hallo. Mammut. Ne. Eieiei. Aber von Ausdauer her, eigentlich, kann man jetzt nicht so meckern bei dem Alu. Ich bin so froh, dass A-Style mir da ausgeholfen hat. Dass er gerätet wurde. Nicht, 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 nicht festklemmen. Ne, 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 ne. Aber ich will auch nicht jetzt in so einen Wolfsrudel reinfallen. Das wäre natürlich auch richtig kacke. Das wäre aber typisch. Hallo, Rex. Die geht aber auch nicht so gut. Was ist los? Level 12. Direkt, sie ist auch nicht mehr das, was wir mal waren, ne? Na komm, YOLO. Hallo. Wisch mich mal ein. Wollte mal Hallo sagen. Danke. Du tropst so was? Hat du was Feines? Nein, hast du nicht. What? 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 Nicht das Ding, nicht das Ding, nicht das Ding, nicht das Ding, nicht das Ding. Tötest du ihn bitte? Alter. Alter. Kommt aus dem Nix das Ding. Na komm. Müll. Müll, Müll, Müll. Okay, das nehme ich nochmal mit. Aber das ist einfach nur Müll. Was ist das jetzt so flüssig hier? Auch cool. Alli, hopp. Na. Braucht geil. Wollte schon elegant drauf springen. Weiß aber nicht ohne das Vieh. Ich bin wieder vergessen, wie der heißt. Okay, euch. Stimmt ja, ihr macht ja nichts, solange ich nichts mache. Solange ich auch ein Dino bin. Was ist denn das? Das sieht aber auch cool. Ist das ein Kristall? Das ist ein Kristall. Wenn die jetzt abspringen, dann kommt bestimmt irgendwas. Hä? Okay. Äh? Hier ist eine Höhle? Davon wusste ich noch gar nichts. Luschen wir mal rein. Äh. Äh. Okay. Ist scheiße kalt, ich weiß. Und eng. Ei. Fuck. Okay, ihr kommt da nicht durch, merke ich gerade. Das ist schon mal gut. Oder doch? Tut mir leid. Na gut. Komm ich da nicht mit einem Schwert ran? Level 136. Willst du mich verarschen? Ich bin da noch um die Ecke gucken. Ich weiß es gerade an Munitionsverschwendung. Hier wird das eigentlich Treffer. Los jetzt mit Damm. Hallo. Oh, den Tropfellig haben eigentlich. Boah, Alter. Puh, ihr habt's. Oh, fausty canneling on. 220? What? Okay. Problem ist, ich werde sterben, wenn das hier so weitergeht. Nee. Okay. 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 Ähm, wo bin ich? Scheiße. Habe ich was komplett unterschätzt? Oh nein. Oh nein. Raus hier raus hier. Oh Gott. Level 220 Wolf. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Kann man auch gerne mal haben. Oh nein. Oh Gott. Ich dachte schon. So, Junge, bring mich mal ins Warme. Das macht dir gerade gar keinen Sinn. Aber kurz zu wissen. Warte mal, kann ich nicht. Da ist ein Rex eingeklemmt. Moment. Was ist mit dir los? Level 72. Hätte was. Aber wenn man ihn da zähmt, dann geht er wahrscheinlich komplett unter. Äh, wir müssen erstmal ins Warme und das auftanken. Aber ich will nochmal kurz nachgucken. Nein, nein, nein. Was mache ich denn da? Okay, okay, wir gehen jetzt ins Warme. Macht keinen Sinn. Komm, bitte schnell rüber. Ich weiß, du bist nicht der schnellste Schwimmer. Aber. Ey, das ist dann eine Hülle. Ach, die Hülle habe ich mal im Singleplayer hier gesucht. Die habe ich im Singleplayer gesucht und nie gefunden. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Bitte, 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 lass mir Ruhe. Ich will doch nur ins Warme. Ich will doch nur... Oh nein, 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 nein. Ich gehe durch. Ich mache irgendwas. Und. Scheiße, 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 scheiße. Ruta, 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 das schaffst du, das schaffst du, meine kleine Bergziegel. Oh Gott. Kommt. Ich war, Mann. Ich könnte mir eigentlich eine Fackel machen, die würde mir helfen, aber... Ah, gut, das eiskalte ist schon mal weg, das ist schon mal ein Vorteil. Öh, dann hier durch. Danke. Gott. Nja. Was bist du für ein Level? Level 264, okay. Ähm, ich möchte mit dir aber erstmal weg, weil du bist selber von der Ausdauer her gerade ganz schön runtergepumpt. Bin ich. Äh, oh. Ach, da bin ich. Scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Was ist denn hier los? Letztens noch Friede, Freude, Eierkuchen hier. Und jetzt? Nein, 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 nein. Von jeder Stelle wirst du hier irgendwie eingekesselt von irgendwas Großen. Ist ja schön und gut, aber heute nicht. Nö, jetzt komme ich hier immer nicht durch. Nein, ich muss schon wieder fliegen. Ja, das tut dir weh, ich weiß. Jetzt. Oh. Brauchst du mir den Kopf in den Sand stecken? So war das jetzt auch nicht gemeint. Komm, komm, komm. Ja, flieg doch nochmal. Okay, langsam muss ich aufpassen. Komm, komm schon. Ist das... Ich hasse es. Du bist schnell und bewegt dich, aber du bist sowas von... Wird es gerade sagen, ungelenkig? Jo, wahrscheinlich. Ja, genau, ein Alpha. Oh, nein, 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 nein. Nein, was ist denn das für eine Folge? ich bin ja nur auf der flucht hier lola rennt oder was der bobby rennt ich weiß es passiert nicht viel produktives aber geht langsam der stift ja du bist kaputt ich weiß das mögen noch mal nach hause kommen auch nur der erste ist gerade gestorben nur wo scheiße warum die was totes ach deswegen ist miss 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 wenn ich wo bin ich wo bin ich bin immer noch nicht zu hause muss eben schon wieder zehn mal ausweichen hallo känguru und schon wieder ein drecks ist denn hier zurzeit los level 108 ok werden meine maßnahmen okay 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 dann ist mir erstmal hier weg irgendwas besorgen würde ich sehen könnten so wird das nichts wie komme ich jetzt hier weg ok wieder querbeet würde ich sagen und da geht es glaube ich ganz schön tief runter ich sehe nichts ich sehe nichts da ist hell da ist hell da ist hell da ist hell fluss redwood entschuldigung wir sind auf dem weg nach hause sehr schön weiß ich aber dass da ein dreck ist also eigentlich wir haben nicht viel geschafft aber ich bin ein bisschen schlauer geworden was die gerade so in der nähe rumtorn und 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 mal gucken ich hoffe die folge hat euch gefallen weil ich denke wir machen eine folge pause dann den weg gehen sollte ich eigentlich schaffen eine bewertung würde mich freuen würde ich sagen machen gut bis zum nächsten mal und ciao ciao